Ah, das ist sie. Zwei Zimmer, Küche und Ritualmorde. Wir haben nur einen Mord. Alle dasselbe Schema. Und extrem flüchtige Verdächtige. Sie müssen alle bin. Eisner und Fellner ermäcklen wieder. Herr Billy! Am Sonntag im Tatort. Körner umliegt. Das war's für alle. Dimmert. 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 Wir wollen die Körner her. Vielen Dank.